Rudolf Steiner hat gesehen, dass die Menschheit seit etwa 1900 erwachsen geworden ist. Wie bitte? Erwachsen geworden? Was soll das denn? Erwachsen heißt, dass wir volle Selbstverantwortung haben und dass sich die alten Götter, die uns vielleicht bis dahin noch an die Hand genommen haben, sich zurückgezogen haben. Das heißt, wir sind gehalten, in die volle Verantwortung für unser Tun zu gehen und unseren Staat oder unser Gemeinwesen, unseren sozialen Organismus neu zu gestalten. Und zwar so, wie die Idee des Menschen eigentlich ist. Dass wir zur Kooperation, zur Ko-Kreativität fähig sind, dass wir helfende Wesen sind und Wesen, die an der Freude Freude haben und nicht an der Spaltung oder Zerstörung. Heute will ich mit Hans Bonnwal über die Freiheit im Geistesleben sprechen. Seien Sie gespannt und herzlich willkommen bei NeuHorizonte TV. Hans, Freiheit im Geistesleben. Würden jemanden, der sich mit diesen Begriffen noch so noch nicht auseinandergesetzt hat, würde sagen, okay, das ist dann die Toleranz, von der die Freimaurer sprechen. Also jeder darf, die haben ja da. Oder die Bahai-Religion, dass sie die Schriften der anderen Religionen aus denen vorlesen und so weiter. Oder das ist aber, glaube ich, nicht gemeint damit allein, oder? Nein, nein. Wir müssen ja zum Begriff der Freiheit kommen. Geist haben wir jetzt so ein bisschen erklärt schon. Und wenn wir also sagen, ja, das Leben braucht Geist, weil immer eine Idee vorangehen muss, bevor irgendetwas geschehen kann, dann haben wir das schon einigermaßen verstanden. Wenn wir dann denken, die große Welt ist auch so aufgebaut, dass immer eine Idee vorangeht, also ein Geist, und wir den Geist als ein lebendiges Wesen verstehen, ein Ideen- und Ursachenwesen, dann können wir verstehen, was dann alles von Rudolf Steiner ausgeführt ist zu diesen Themen. Und die Freiheit, das ist eine schwierige Sache. Da denken ja die Menschen, naja, frei bin ich, wenn ich machen kann, was ich will. Oder da hinreisen, wo ich will. Ja, genau, aber das ist eigentlich nicht gemeint. Wenn wir jetzt fragen, ja gut, wir haben von der Menschheitsidee gesprochen, was hat man denn mit den Menschen vor, was soll denn aus ihnen werden? Dann muss man immer Folgendes sich vor Augen führen, was Rudolf Steiner nicht ganz wörtlich, aber so fast so gesagt hat. Er hat gesagt, ehe unsere Erde entstand, ließ der Vatergott den Sohn aus sich hervorgehen und begab ihn mit dem Logos. Und der Logos, das ist das Schöpfungsprinzip, wo man also Neues erzeugen kann. Oder auch die Muttergottheit. Ja, und hat aber den Sohn ausgesondert und mit dem Logos begabt. Und deswegen hat man dann im kirchlichen Zusammenhang oder so später den Sohn einfach den Logos genannt. Ja, weil der den Logos überreicht bekommen hat. Und der Sohn soll jetzt die Schöpfung, die bis dahin da war, vollenden. Noch ehe die Erde entstand. Es waren schon Sonnensysteme vorangegangen. Drei Sonnensysteme gab es schon vor unserem. Und das wollen wir jetzt nicht alles aufrollen, das wird zu kompliziert. Aber die kosmische Entwicklung ist auch schon wahnsinnig interessant. Jedenfalls nimmt er sich dann vor, die Wesen, die also bisher entstanden sind, da können wir über uns finden, die Engel, die Erzengel, die Archai, Exusiae, Dynamis, Kyriotetes, bis zu den Seraphim rauf. Also neun Gattungen, Wesen über uns gibt es hier in diesem Sonnensystem. Und die haben alle, nachher die Seraphim, die haben also unglaubliche Kräfte, die können also ganze Sonnensysteme bewegen und sowas. Die haben aber alle keinen freien Willen. Und jetzt beschließt der Sohn es Gott, der also bemächtigt ist sozusagen vom Vater und zuständig ist für die Erdenentwicklung. Kannst du auch finden im Johannesevangelium, im Prolog. Im Anfang war der Logos, nicht der Vater, sondern der Logos und das ist der Sohn. Also der beschließt jetzt ein Wesen zu schaffen, welches nicht wie die Engel treu tut, was die Schöpfung vorschreibt, sondern welcher einen eigenen abweichenden Willen, also Abweichungsmöglichkeit, Willen entwickelt, aus der Erkenntnis, die es gewinnen kann. Also dieses Wesen muss erkennen können, was los ist, was da ist, muss begreifen, was ist der Kosmos, was geht da vor, was ist das alles, was ist die Menschheit, wozu ist sie da? Und er muss dann selber wollen, wie es weitergeht. Das ist das Entscheidende. Ja. Und wenn alle, ich Thea de Chardin zum Beispiel hat gesagt, und wenn alles da wäre, wenn wir alles hätten, aber nicht dieses Feuer in uns, dass wir es wollen, oder auch die Liebe, dann würden wir angesichts des Überflusses geistig verhungern. Also das ist jetzt meine Worte. Ja, ja, ja. Also das Einwilligen. Jetzt die Freiheit. Die Freiheit bedeutet, dass ich einen Willen entwickeln kann, der nicht aus meinen Trieben kommt, nicht aus meinen Begierden, nicht aus meinen Instinkten, das ist meine niedere Natur. Sondern ein Wille, der aus meinem Ich kommt und der auch nicht unter sozialem Druck entsteht oder so. Sondern ein ganz losgelöster Wille, der keine tieferen Ursachen hat in meiner Natur oder im Sozialen. Sondern nur, weil ich helfen will. Der Wille ist nur dann frei, wenn du eine moralische Tat begehst, wenn du dich für anderes einsetzt. Dann ist der Wille nicht gebunden. Solange du etwas tust, was dir dient, was dir nützt, ist er gebunden an die Triebe und Begierden. Nicht vollständig, sondern da ist auch Freies drin. Wenn du zum Beispiel Hunger hast, dann ist das klar, das ist meine niedere Natur, da bin ich nicht frei. Ich wollte nicht Hunger haben, ich kriege ihn einfach. Aber wenn du dann sagst, ja gut, wir gehen zum Chinesen oder zum Vietnamesen, ja, dann hast du da ein wenig Eigenwillen, freien Willen hineingebracht in die Sache. Du kannst ja nicht sagen, die ganze Angelegenheit war ab freier Wille. Nein, der Hunger war nicht frei. Aber wie wir das befriedigen, da habe ich dann doch schon Freiheit spielen lassen. Das heißt, dieses Moment zu verstehen, wo die Freiheit ist, gerade in der moralischen Tat, das ist schwer zu begreifen. Aber man kommt dann dahin, man merkt dann, ja, all die geistigen Zusammenhänge, auch gerade über die Rudolf Steiner spricht, sind alles moralische Zusammenhänge. Warum? Ja, überleg mal. Die Schöpfung ist ein Opfer. Die Welt wurde sich selbst geschenkt durch den Gott. Der Gott hatte die ganze Erfahrung eines Sonnensystems schon in sich. Hat da alles an Erfahrungen gehabt. Und dann hat er diese Erfahrung, als wenn du dein ganzes Wissen, das du hast, jetzt plötzlich loslassen würdest und befreien würdest und sagst, werdet ihr selbstständig. Alles, was ich kann, alles, was ich weiß, das soll jetzt selbstständig werden. So ähnlich muss man das verstehen. So ist also eine Opferung, also ein, was weiß ich, wie soll man es nennen, ein Besitz, welchen der Gott hatte, hat er losgelassen und sozusagen eine Selbstbemächtigung dem gegeben. Sodass die Kraft, die positiv schafft in der Welt, immer moralisch ist, immer Geschenk, immer Opfer, immer geben. Und es ist ja nicht schwer zu begreifen, dass wenn man gibt, dass das fördert. Wenn man nicht mit irgendeinem Hintergedanken gibt. Ja, aber aus meiner Erfahrung, nicht nur im therapeutischen Kontext, wenn du gleichzeitig das Nehmen unterlässt. Ja, dann bist du Mönch. Ja, aber dann wirst du auch krank. Ja, klar. Also ein Mitochondrium kann nur das Kraftwerk in uns sein, indem es Stoffe aufnimmt und metaboliert und wieder abgibt. Das heißt, wenn ich nicht nehmen kann, und das können viele gerade in den helfenden Berufen, sie können nicht annehmen, sondern sie glauben, ja, nur wenn ich gebe, habe ich eine Existenzberechtigung, aber sie nehmen nicht. Nein, nein, ich brauche das nicht. Obwohl sie sich unterschwellig danach sehen. Also wie ist das mit dem Nehmen? Ja, natürlich. Es geht nicht darum, immer nur zu geben, sondern das Angemessene zu tun. Und wenn du dran bist, das größere Stück der Torte zu kriegen, dann kriegst du es. Aber dann musst du auch bereit sein, es anzunehmen. Und das sind eben viele Gutmenschen überhaupt nicht. Die sagen, nein, 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 ich brauche nichts. Ja, ja, unterschwellig, aber... Und der Magen knurrt, weißt du. Ja, 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 genau das meine ich. Ja, also das ist auch eine umgekehrte Falscherei, also eine Fälscherei der Sachen. Und das darf auch nicht sein. Man muss, guck mal, diese Ehrlichkeit dazu zu kommen, zu sagen, ich will mich nicht in den Vordergrund dringeln, aber ich glaube, ich... Ich habe Lust auf das... Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt doch den Vortritt. Und jetzt glaubt man ja natürlich, ja, wie soll man sowas wissen? Man weiß doch nur von sich selbst. Und da kommt jetzt das Spirituelle ins Spiel. Wenn du wirklich dich in diese Dinge hineinlebst und wenn du wirklich mit dem neuen Denken zurechtkommst, dann wirst du nicht nur Wahrheit finden können, sondern du wirst auch das Gute finden können, so nennt sich das wahre, schöne, gute. Und das bedeutet, dass du in einer Situation, in einer sozialen Situation, in der du bist, abfragen kannst, ja, was ist jetzt das Angemessene? Und dann kriegst du eine Idee. Und das ist die moralische Intuition, von der Rudolf Steiner spricht. Das ist eine wirklich Wundergabe. Da wirkt die geistige Welt mit. Du weißt gar nicht, was die alle für Anliegen haben, aber du fragst dich, weil du so ehrlich bist. Verstehst du, das ist eine Ehrlichkeit. Nicht zu sagen, ach, weißt du, das sieht jetzt keiner, ach, ich greife mal zu. Nein, sondern zu sagen, so, ja, wie können wir uns jetzt hier abstimmen? Was wäre denn jetzt angemessen? Und wenn du wirklich eine ehrliche Haut bist, dann kriegst du die Idee. Und dann machst du das und das funktioniert. Es stellt dann kein Problem. Ja, 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 ja. Das ist es. Also das Angemessene zu finden, nicht immer nur zu geben und nichts haben zu wollen. Genau. Also da ist auch sehr viel Doppelbötigkeit beziehungsweise, ja, Bigotterie. Naja, aber auch so falsch verstandenes Entgegenkommen. Ja, oder auch Asketentum. Ja, richtig. Ja, ich weiß, mein Vater, als ich ihn gepflegt habe, hat er mir gesagt, ich war ein verfressener Ochse, der sich unter der Woche das Maul zugebunden hat. Hat er so Müsli morgens gegessen, wir müssen Müsli essen. Also eigentlich war er ein verfressener Ochse. Aber ist in die Askese gewechselt. Aber zwischendurch dann mal am Wochenende, wenn er irgendwo eingeladen war, hat er zugeschlagen. Ja. Also diese Ehrlichkeit zu uns. Ja. Wenn wir Lust jetzt auf das große Stück, was da steht, ja, und da liegt, haben, das einfach zu äußern, ich hätte jetzt richtig Lust. Ja, aber man kann eben, wenn man ehrlich ist, abspüren, wer hat es denn jetzt verdient. Okay. Ja. Wer braucht es jetzt? Ja, das ist das Wunder. Wenn man dafür offen ist. Ja. Okay. Aber du musst erst mal sagen, nee, ich will ehrlich sein. Ich will die Wahrheit wissen. Und mich danach richten. Und nicht sagen, na, man kann das ja mal probieren, und wenn mir das irgendwie nachteilig wird, dann mache ich es nicht. So geht das nicht. Du musst also wirklich diesen Kniefall vor der Moralität einmal gemacht haben und sagen, nein, ich halte mich jetzt dran. Dann funktioniert das. Dann funktioniert die moralische Intuition. Freiheit ist also danach, der freie Wille. Freiheit, das Angemessene tun zu können und nicht das, würde ich sagen, Automatische. Ja. Sondern das Angemessene. Nicht den Egoismus, sondern zu gucken, was ist jetzt angemessen und immer auf die Bedürfnisse der anderen fixiert zu sein und nicht auf die eigenen. Und die anderen, wenn die das auch machen, dann hast du gar nichts zu klagen. Aber, ja, nicht auf die eigenen Bedürfnisse. Kann ich nicht meine eigenen Bedürfnisse im Wissen, dass der andere ähnliche Bedürfnisse oder ein Recht auf das gleiche Bedürfnis hat, sowohl auf mich schauen als auch auf den anderen? Also, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es ja. Das heißt also, dass ich mir meiner Bedürfnisse bewusst werde, da bin ich immer noch höchstens im Gesellenstadium, weil ich so fixiert war, ich muss alles für andere geben. und das tat mir aber auf die Dauer nicht gut. Nee, alles für andere geben gar nichts, sondern einfach zu gucken, was brauchen die anderen und die anderen gucken, was du brauchst. Das wäre... Das ist... Das ist... Okay. Da haben wir jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, also, dass das ein Wechselverhältnis ist. Ja. Und da auch sich, wenn man diese Grundhaltung hat, das ist intuitiv, sozusagen gar nicht, dass man da eine Debatte darüber führen muss, gar nicht. sondern es ergibt sich dann. Ja. Okay. Du machst das doch mit deinem Kind auch. Ja. Wenn du das richtige Verhältnis zu deinem Kind hast, dann weißt du doch, dann guckst du doch, was braucht das. Mhm. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, das Kind könnte das auch bei dir machen. Also es wäre jetzt ein Erwachsener und würde das bei dir machen. Und du würdest also merken, oh ja, ich brauche mich gar nicht, um mich zu kümmern. Also ja, das funktioniert. Und irgendwie wissen die, was ich brauche. Komisch. Ja? Also hast du ja gedacht, du weißt nur über dich Bescheid. Mhm. Ja? Aber das ist gar nicht so. Man würde eben intuitiv empfangen, was da los ist, was da gebraucht wird. Und würde sich darum kümmern. Okay. Also, wenn ich denn das Wohl des Anderen oder meiner Allgemeinheit als meine Grundhaltung, meinen Grundblickwinkel, als dein Ziel, ja, richtig. Wie ich die Welt anschaue, wo befinde ich mich und wem kann ich jetzt einen Dienst erweisen als Mensch zu Mensch, wenn der andere das auch macht. Also wenn, dann ist das alles ganz einfach. Ja, und, aber, ne, da kommt ja, nein, nein, das ist ja, wir wollten Kuckucksheim, worüber die reden. Und genau das ist das Parfide. Ja, dass man uns einredet, Konkurrenz, ne, und, und, und ich, ne, du musst dich durchsetzen. Konkurrenz und, ja, und Geld regiert die Welt. Ja, 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 ja. Also, wenn du die Bezahlung deines Bedarfs von der Arbeit loslöst und deine Arbeit sich auf die Bedürfnisse der anderen richtet, weil du dich darauf verlassen kannst, dass die anderen dich im Blick haben. das mal einfach auch mal im Kleinen, sprich im Partnerschaftlich oder so, zu sehen, dann braucht man nicht am Ende des Lebens, ne, da gibt's ja diesen schönen Spruch, wenn Emil liegt auf dem Sterbebett und sagt zu seiner Frau, Friede, du, ich muss ja noch mal eins sagen, ne, ich hätte ja lieber die obere Hälfte vom Brötchen gegessen. Ja, ja. Also, da kann natürlich auch manchmal ein Missverständnis, ich dachte, du brauchst das oder du willst das. Also, man darf es auch ab und zu mal aussprechen, oder? Es geht eben wirklich darum, das zu lernen, intuitiv zu empfangen. Ja. Und das ist spirituell. Ja, das ist jetzt nicht wirtschaftlich oder psychologisch oder so, sondern das ist wirklich spirituell. Dass du merkst, aha, das Denken hat solche Qualitäten, ich kann Wahrheit feststellen, ich kann aber auch das Gute feststellen, ich kann feststellen, was deine Bedürfnisse sind. Ja, ich muss mich aber erst mal darauf einlassen, das geht nicht so von selbst. Und? Ich muss mir meiner Verbundenheit mit dem anderen bewusst werden. Ja, ja. Und dann ist der Egoismus ausgeschaltet. Und dann können wir uns vertragen. Dann hast du keinen Unterschied mehr so in der Bezahlung und in all diesem, du kriegst, was du brauchst. Der eine braucht viel, der andere braucht wenig. Die Bedürfnisse sind groß oder klein, auch verschieden. Nur im Rechtsleben, da hätten wir Gleichheit. Aber nicht im Wirtschaftsleben und nicht im Geistesleben. Okay. Und das ist ja so, die Wirtschaft strebt nach Freiheit im Wirtschaftsleben, nicht im Geistesleben. Und der Staat versucht uns, im Geistesleben jetzt alle möglichen Freiheiten abzuknipsen. Ja. Das ist also ganz furchtbar, was sie da jetzt im Moment machen. Und insofern tut das Not, dass man über diese Dinge anfängt, nachzudenken. Und dass man sich das mal anguckt. Denn wir hätten ja natürlich zu sagen, was jetzt nicht richtig ist, was wir falsch finden. Ja, aber haben wir die Idee, wie man es besser machen kann? Und das ist die Sache. Da ist ja auch Saint-Exupéry mit seinem Spruch, wenn du Schiffe bauen willst, kannst du den Leuten einzelne Sachen beibringen, also wie man Nägel macht oder so. Und du kannst in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer entfachen. Weil dann tun sie es selber. Dann tun sie es sich. Also geht es um das Denken, um das Sich-Öffnen für die spirituellen Wahrheiten. Ja. Also Freiheit im Geistesleben, das ist die unbedingte Freiheit im Gedankenleben. Es darf keine Gedankenknechtschaft mehr geben, die es auch zu Steiner-Zeiten noch gab und die es jetzt gibt, die jetzt gerade wieder so richtig Konjunktur hat. Da darf sich niemand so aufschwingen beziehungsweise es müsste jeder sagen, ja, wenn ihr uns jetzt Gedanken verbietet, dann wirkt ihr gegen die gute Entwicklung. Ja, es findet ja laufend statt, dass man bestimmte Begriffe, also beim Impfen oder so, dass durch die elektronischen Medien das nicht mehr zu finden ist, wenn jemand impfkritisch ist oder klimakritisch wird gefordert, dass die nicht mehr zu Wort kommen. Die Diktatur pur. Ja, ja. Okay. Nein, also das ist das Schlimmste, was passieren kann und das passiert ja auch noch innerhalb der Religionen und so weiter. Da wird ja auch den Menschen, den Moslems oder so, genau vorgeschrieben, was zu denken ist und was zu tun ist und so weiter. Das darf alles nicht sein. Wir sind jetzt eben, wie gesagt, erwachsen geworden und gerade der Christus hat ja bewirkt, dass die Menschen von all dem frei werden sollen. Er wurde ja auch gefragt, wirst du jetzt das Gesetz abschaffen? Ja, das Gesetz sind ja die alten, ja, das sind ja die, wovon wir zehn Stück in der Bibel haben, nicht die zehn Gebote. Es sind ja 613 Gebote insgesamt, die Moses empfangen hat. 613? Ja. Okay, ich kann so gut ziehen. Okay, von 613 hatte ich noch nichts gehört. Ja, ja, genau. Er hat insgesamt 613 Regeln für soziale Empfang und das war damals ganz richtig. Die dann im Leviticus, also im zweiten, ja, ja. Jedenfalls, diese Gebote waren damals richtig. jetzt müssen wir sie selber finden und der Christus hat ja gesagt, nein, ich werde das nicht abschaffen, ich werde es erfüllen. Was heißt denn das? Ich werde den Menschen so instand setzen, dass er das, was die Gesetze einmal bewirkt haben, dass er das jetzt selber kann. Du wirst jetzt eine schöpferische Moralität entwickeln können. Ja, aber dann darf man dich nicht mehr mit Vorschriften erziehen. Dann muss man in dir den Sinn für die freie Moralität entwickeln, für die schöpferische Moralität. Und wenn man das mit den Kindern machen würde, dann würden sie auch gar nicht so aufsässig sein. Die Aufsässigkeit hängt viel damit zusammen, dass sie instinktiv spüren, dass sie was Falsches mit ihnen machen. Das ist gar nicht nur, dass sie keine Lust haben, Vorschriften einzuhalten. Das ist ja auch so eine Sache. Aber eigentlich richtet sich der Protest dagegen, dass man sie nicht zur schöpferischen Moralität kommen lässt. Nicht ausprobieren lässt. Ja, probier mal aus, was passiert, wenn du das machst. Ja, guck mal. Nach welchen Kriterien du da entschieden hast. Ja, ja. Und dann sieht der andere jetzt unglücklich und so. Gut, und dann muss er da was korrigieren. Also nicht zu früh, die Kinder, aber dann so im geschlechtsfähigen Alter dann nachher, da muss dieser moralische Sinn entwickelt werden. Und das ist also ein großes Problem. Freiheit im Geistesleben, keine Gedankenkontrolle, keine Gedankenvorschriften. Von außen. Ja, von außen. Und wissen, was Geist ist, dass wir mit der geistigen Welt zusammenarbeiten können. Und wenn du dann lernst, nach dem neuen Denken, dass du die Dinge befragst und nicht denkst, ja, wenn ich jetzt im Gedächtnis keine Lösung finde, dann habe ich keine. Dann muss ich die Sache abbrechen. Nein. Ich stelle die Frage dezidiert und lass los. Ist mir gerade passiert. Ja. Ich habe bei einem geschenkten Rekorder, also CD-Player, ich habe irgendwie den An- und Ausschalter immer übersehen. Und dann habe ich im Geiste die Person gefragt, von der ich das so quasi übernommen hatte, die aber nicht mehr da ist. Also auf dieser Erde. Instantan habe ich diesen Schalter gefunden. Das war Hammer. Eine solche Erfahrung. Ja, ja. Grandios. Ja, ich habe sehr viel so gemacht. Ich habe meine ganze Denkschule so entwickelt. Ich habe irgendwann plötzlich den Auftrag gespürt, ja, du sollst das jetzt machen, was du da begriffen hast, das sollst du weitergeben. Und ich hatte das nicht vor. Und dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich das machen? Aber ich kannte die Fragetechnik und habe immer meine Fragen dezidiert gestellt und dann losgelassen. Ja. Und irgendwann nächsten Tag oder so, manchmal auch gleich direkt hinterher, plötzlich, bumm, eine Idee. Oh, ja, da wäre ich selbst nicht drauf gekommen. Aha. Ja. Da ist die geistige Welt, die arbeitet mit dir zusammen. Und wenn du eine Frage stellst, dann ist das sozusagen an die Ideenwelt gestellt und da sind dann eben die entsprechenden Geister vorhanden, die das bemerken. Ein Freund von mir ist Ingenieur, wenn er ein Problem nicht gleich löst. Ja, ja, hast du schon gesagt. Das hatte ich schon mal erzählt. Legt es in den Deckel und er weiß, er kann sich darauf verlassen, dass es just in time genau dann kommt. Aber darum geht es, dass du also den Geist so verstehst und dann Freiheit im Geistesleben hast. Keiner schreibt dir irgendwelche Gedanken vor, sondern es gibt einen Markt der Ideen. Wir haben jetzt keine Patente mehr. Du kannst auch nicht Millionär werden, weil du eine tolle Idee hattest, sondern die Ideen sind für alle. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn in der Naturwissenschaft und überhaupt in der Wissenschaft und Forschung, da geht es um Patente, um geistiges Eigentum, damit man ordentlich Geld machen kann. Ja, und auch eben Verhinderung. Und Verhinderung. Damit man das Geld weitermachen kann. Damit nicht eine bessere Idee jetzt meine alte Idee kaputt macht. Absolut. Also haben wir ja auf dem sogenannten Gesundheitssektor, dass alles bekämpft wird, was Heilung bringt, damit die Menschen in der Schwebe zwischen Krankheit und Tod gehalten werden. Aber wir dürfen sie nicht gleich sterben lassen, sondern wir müssen das so hinziehen. Wie was? Wie müssen sie? Es muss sich so hinziehen, damit sie immer weiter Medikamente brauchen. Genau. Ja, klar. Das ist ein Riesenmarkt. Ja, gut. Also es geht nicht um Religionsfreiheit im Vordergrund. Doch, das kommt auch noch. Kommt auch dazu. Aber es geht erstmal darum, Gedankenfreiheit zu haben. Wirkliche Gedankenfreiheit und einen Markt der Ideen, sodass du über deinen sozialen Organismus und über all die Dinge, die da vorgehen, auch immer denkst, ja, wie kann man das vielleicht noch verbessern oder wie kann das anders gemacht werden. Da fühlst du dich ja heute gar nicht zu aufgefordert, sondern du gehst halt in deine Firma oder so, wo du da arbeitest und da steht schon alles fest, wie das gemacht wird. Und da verlangt keiner von dir, dass du darüber nachdenkst. Du sollst nicht darüber nachdenken, du sollst arbeiten. Du sollst nicht gucken, ob es nicht vielleicht eine bessere Möglichkeit gäbe. Ja. Das war früher, als ich anfing zu arbeiten, da war das noch so. Da hat man noch so Umstellungen alle gemacht. Dann kam die EDV und all diese Dinge. Aber jetzt ist alles so eingefahren, alles mit Programmen genau festgeschrieben. Da fällst du dumm auf, wenn du überlegst, ob man das anders machen könnte. Ja, aber das ist gerade das Gegenteil von dem, was wir haben sollten. Wir sollten einen Markt der Ideen haben, wo es auch wirklich Freude macht. Und dann sucht man, macht man seine Idee bekannt und wenn sich dann genügend Menschen finden, die die unterstützen wollen, dann wird das gemacht. Dann sammelt man Geld, dann sagt man, ja, hat irgendwer einen Gewinn gemacht, den er nicht braucht. Um jetzt zum Beispiel etwas zu realisieren, also in die Materie zu bringen. Wir haben also das Geistesleben bestehend aus Wissenschaft, also alles, was mit Ideen zusammenhängt und Forschung und so weiter, ja, hinter die Ideen der Natur kommen und so weiter, all das. Was aber nicht an die Uni... Doch, das würde auch dahin gehören. Ich meine, nicht mehr auf die Uni und die Forschungsinstitute beschränkt ist, sondern der einzelne... Ja, ja. Ja, und die Laienforschung. Ja, es ist auch irgendwie ein bisschen verrückt, wenn man jetzt sagen würde, ja, ich bin jetzt Ideenhaber. Sondern es hat moderne Idee und hat moderne Idee und der eine, der dieses Fach studiert hat, der hat vielleicht gar keine Idee, der hat das nur studiert und kann das gut verwalten oder so und ein anderer, der überhaupt keine Ahnung davon hat, der hat aber plötzlich die Idee. Also dieser Markt müsste ganz neu aufgezogen werden und dann würde man für bestimmte Ideen, eben die würde man bekannt geben und dann würde man vielleicht Unterstützer finden und wenn genügend da sind, dann würde man das einfach umsetzen im sozialen Organismus. Dann gehört eben dazu auch der ganze Bereich der Spiritualität, was wir jetzt so unter Religion laufen lassen, wobei man einfach sagen muss, Religionen sind eigentlich vorüber. Durch die Christustat auf Golgatha ist etwas entstanden, was alle alten Religionen ersetzt, nämlich der Christus in dir, das Ich. Wo du diese Fähigkeiten hast, souverän zu sein, die geistige Welt erreichen zu können, jetzt schon durch die Fragekultur und so weiter und das Moralische finden zu können. Also was der andere braucht, was angemessen ist. Das kannst du alles, wenn du das neue Denken wirklich ausbildest in dir und du wirst schon früh merken, dass du davon schon was hast. Nur das ist halt nicht in irgendeine wissenschaftliche Kategorie eingereiht jetzt. Sondern da sagt man, naja, manche Menschen haben halt irgendwie sowas und andere nicht und so. Nein, das ist die Bewusstseinsseele, die seit Ende des Mittelalters wirksam ist. Da ist ein neues Denken gekommen. Das alte Denken war das griechisch-römische. Das ist die Logik, die reine Logik. Philosophie und so, reine Logik. Naturwissenschaft, reine Logik. Aber jetzt ist etwas gekommen, was das wahre, schöne, gute kann. Das ist das neue Denken seit 1413, wo das Mittelalter geendet hat, wo wir in das Tierkreis Zeichen Fische übergegangen sind. Also der Frühlingspunkt. Frühlingspunkt am 21. März geht die Sonne jetzt in den Fischen auf. Seit 1413. 1413. Das darfst du mir nochmal erklären, warum dann Jesus Christus, Theos, Hios, Soter, Ich, Thys, also der Fisch, kurz nach seinem Tod, das Zeichen der Christen oder der Jesus. Genau, weil das Zeichen der Fische das war, wo sich das verwirklichen würde. Soll. Ja. Nee, auch weil die Kräfte dann da sind, die kosmischen Kräfte und die Menschen so weit entwickelt sind, dass sie das jetzt in ihrer Seele machen können. Das wahre, schöne, gute. Und das war es 1413? Ja. Man sagt heute ungefähr 2000, noch ein bisschen Jahre pro... Ja, 2160 Jahre. Genau. Das hat erst 1413 bekommen? Wie dann heißt das, dass der Wassermann, das dauert ja noch... Nein, das dauert noch. Dauert noch. 3500 fängt das ungefähr an, Wassermann. Aber... Das sind jetzt tatsächlich... Also wurden wir in die Irre geführt, dass... Nein, es gibt den sedirischen und den tropischen Tierkreis und dadurch kommt das. Ah. Weil die Präzession, also das Wandern des Frühlingspunktes und so weiter, das ist eben bei einem dieser Tierkreise nicht berücksichtigt. Und deswegen haben wir ja immer, also deswegen haben wir unser Tierkreiszeichen. Ja, jedes Jahr wieder. Aber das stimmt so gar nicht mehr. Das ist längst weitergewandert alles. Das hieß aber, dass wir erst quasi die ersten 600 Jahre im Fischezeitalter... Ja, richtig. ...erlebt haben. Ja, genau. Da werden auch noch sehr wunderbare Dinge kommen können. Okay. Aber es hängt von uns ab. Nicht mehr... Es wird nicht mehr automatisch eingeführt, sondern wir kommen unter die Kräfte und reagieren entweder so oder so. Das heißt... Ich habe gerade einmal... Deswegen ist der Widder noch so stark. Also die Kräfte des Widders. Naja, gut. Also der wirkt noch nach, natürlich. Ja, klar. Ja, ja. Ja, also diese Verwirrung sollten wir jetzt nicht tiefer besprechen. Das ist ein schwieriges Thema. Aber Freiheit im Geistesleben würde eben auch bedeuten Spiritualität. Freiheit im Religiösen. Religionsfreiheit. Und Spirituelles würde ja bedeuten, ich finde einen Weg, mich mit der geistigen Welt zu verbinden. Und das kannst du schon finden durch die Fragekultur. Dem du sagst, ja. Wenn ich vor einem Problem stehe, dann stelle ich der geistigen Welt die Frage. Und besonders, wenn du also nicht gleich eine Antwort kriegst am nächsten Tag oder übernächsten Tag, dann frag dich mal, habe ich die Frage richtig gestellt? Oder muss ich die noch umformulieren? Dann kriegst du oft eine Idee und sagst, ach so, warum? Ah ja, ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und plötzlich kriegst du eine Antwort auf die Sache, weil du die Frage verändert hast. Aber das ist schon eine Spiritualität. Du rechnest mit der geistigen Welt. Und du weißt, die geistige Welt ist nicht nach Naturgesetzen aufgebaut wie die physische, sondern nach moralischen Gesetzen. Im Spirituellen läuft alles nach dieser Geschenkkraft, nach dieser Opferkraft, nach dieser Hingabekraft. Das ist die Kraft in der geistigen Welt. Also die geistige Welt ist nach moralischen Gesetzen aufgebaut. Und ich werde spirituell, indem ich das Moralische in mir aufsuche, indem ich mich versuche, ob ich moralisch sein möchte. Also du beschreibst jetzt gerade Kriterien. Ich hätte nämlich jetzt die Frage gestellt, wie kann ich denn die Geister unterscheiden? Also, dass in der Astralwelt oder in der geistigen Welt es auch Wesen gibt, die durchaus, die junge Schweizerin Christina von dreien nennt sie Unlicht. Ja. Natürlich. In dieser Ebene halt auch geistige Wesen, die sich gern einschalten. Natürlich. Wir haben ja nicht nur aufbauende Wesen, sondern wir haben eben auch abbauende Wesen. Ja, du musst die Blätter, die im Jahr wachsen und dann im Herbst runterfallen, die müssen zersetzt werden, die müssen kompostiert werden. Und diese Kräfte, diese Zersetzungskräfte, sind auch Geister. Aber du wolltest ja dieses Thema nicht mit der neuen Trinität. Ja, wir wollen da auch authentisch sein. Solange ich dann noch richtig Bauchgrämmen habe... Ja, ist ja richtig. Ja, macht das keinen Sinn. Nur eben das Werdigsthema, wie das zu verstehen ist. Wir haben keine bösen Kräfte in der Welt, sondern wir haben böse Menschen. Das Feuer, das im Ofen brennt, ist nicht böse, auch wenn du dir die Finger verbrennst. Da kannst du nicht sagen, ja, das ist aber eine hinterhältige Kraft. Ich habe mir die Finger verbrannt. Naja, wenn ich jetzt an satanische Sekten denke, die Menschen opfern... Ja, natürlich, aber die nutzen das Feuer nur, indem sie was anderes anzünden als den Ofen. Naja, okay. Aber das liegt nicht am Feuer. Nein, also da finde ich, muss man auch... Also da würde meine Moral, wo ich sage, hey, wenn man Kinder misstraucht... Ja, ja, lass das mal raus. ...und opfern, dann hat das nichts mehr mit Neutralität. Diesen Kräften kann ich neutral nicht mehr begegnen. Das geht nicht. Ja, aber das sind einfach die Kräfte, die machen Dekomposition. Die lösen alles auf, was geschaffen worden ist. Also das ganze Gegenteil. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Die müssen ja auch die Leichen zerlegen und sowas alles. Obwohl, das sind die Kräfte, ich bin ein Kompostfreak. Nur die Würmer, die Pilze, sind vor allem die Pilze, die ja da die erste Arbeit tun. Okay, wir wollen nicht zu weit ab, aber trotzdem, da muss ich sagen, also das ist mir... Da habe ich so einen Stopp, das neutral zu betrachten. Okay, da gibt es halt satanische Sekten. Nein, die Sekten sind ja Menschen. Ja. Die machen das Böse. Okay. Und du meinst, die sind nicht gesteuert? Nur der Mensch ist Böse. Du kannst ja jetzt Feuer in den Ofen tun, dann ist es eine gute Kraft. Du kannst aber auch das Nachbarnhaus anzünden und dann ist es eine schlechte Kraft. Nein, das liegt doch nicht an der Kraft, an dem Feuer. Das liegt doch an dir. Weil du es missbraucht hast. Mir geht es ja darum, du sagst, wir werden lernen, eben mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Und da meine ich, wenn da, ja, ich bin der Herr, dein dunkler Gott, ja, und du sollst, du gehörst mir, gebetet wird, oder sowas. Das kannst du ja machen. Dann musst du dich auch nicht wundern, dass du jetzt unter Zersetzungskräfte kommst und kompostieren lernst. Auch Menschen kompostierst und so. Ja. Aber das liegt an dir, nicht an denen. Die machen ihren Beruf, die machen ihren Job. Aber du lässt ja auch das Feuer nicht aus dem Ofen springen und sagst, ja, das wärmt doch viel besser, wenn es hier alles brennt. Du lässt es doch im Ofen. Und darum geht es. Also das ist die Unterscheidungskraft. Darum geht es mir. Wir haben die spiritistischen Sitzungen damals, wir hatten ja Hochkonjunktur noch so um die Jahrhundertwende und viele Leute sind in der Klapse gelandet, weil sie nicht wussten, was sie taten. Ja, natürlich. Du sollst ja dich auch nicht auf diese Weise mit diesen Kräften einlassen. Die gehören da nicht hin, aber du kannst sie da hinholen und dann machen sie mit dir, was sie machen müssen. Ja. Du bist aber derjenige. Ja. Also praktisch die dunklen Kräfte oder unlichten Kräfte haben genauso wenig einen freien Willen wie die Seraphim und Cherubim, wie sie alle heißen, da sozusagen im Sinne der Schöpfung oder des Aufbauendenprinzips. Und die können nicht anders diese Kräfte als Zerstörung, Macht, Neid, Hass zu leben. Ja. Wenn du einen Bagger mit der Abrissbirne fährst, dann kannst du nicht plötzlich jemandem das Haus damit bauen, sondern du kannst es nur abreißen. Wenn der sagt, reißt das hier ab, dann liegt das an ihm und nicht an dir. Du hast nur diese Abrissbirne und wenn der dich falsch verwendet, also das liegt am Menschen, das liegt nicht an diesen Wesen. Natürlich können die dich zu allem Möglichen bringen, aber das machst du. Weil du dich da falsch verhältst, weil du dich oder richtig verhältst, weil du das willst. Weil du das willst. Ja. Gut, aber lass uns da nicht zu tief eintauchen. Das wäre eben das andere Thema. Also, Freiheit im Geistesleben ist einmal die Wissenschaft, das freie Gedankenleben, die Spiritualität und aber auch die Kunst. Jetzt können wir mal überlegen, was würde das eigentlich bedeuten? Beim Ideenleben haben wir schon gesagt, ja, da würde man alle möglichen Erfindungen haben können und so weiter, würde man anbieten, würde man sagen, ich habe die Idee, so und so, wer möchte mitmachen und so. Im Spirituellen wäre man völlig frei, man würde eben nicht irgendeiner Religion folgen, man würde das Spirituelle in sich entdecken, Priestertum aller Gläubigen, sagt von Luther mal. Ganz genau. Ja. Und dann würde man eine eigene Religion haben sozusagen, nach meinetwegen Angaben, wie Rudolf Steiner gesagt hat, so sind diese Geister und so sind jene und so sind jene. man würde sich da einfinden und man würde auch Fähigkeiten entwickeln, geistig wahrzunehmen. Ja, das würde kommen. Das ist die nächste Zukunft für uns. Und das wäre also auch eine freie Spiritualität und nicht eine Religion. Also sind wir mittendrin, denn die Zahl derer, in den letzten 30 Jahren, die Zahl derer, die diese geistige Welt wahrnehmen können, hat sich vervielfacht. Also jedenfalls in deinem Umfeld vor 30 Jahren war da noch so eine kleine Schicht. Ja, ja. Ja, und das wäre also jetzt die Kunst, die auch zum Geistesleben gehört. Was würde jetzt Freiheit in der Kunst bedeuten? Was wir haben im Moment ist Beliebigkeit in der Kunst oder Markt. Ja, also du schaffst... Es wird gesagt, das ist jetzt, also das ist das Nonplusultra und dann zahlen sie eine Million für ein Bild. Gut, du produzierst also für einen Markt oder du machst eben, du bist staatlich gefördert wie so viele Künstler. Ja, die kriegen halt ein Stipendium für dies oder für das. Man macht da und da eine Ausstellung und fördert die Künstler. Und dann stellen sie da eben irgendwas hin, manchmal interessante Dinge, manchmal furchtbare Dinge. Aber das ist eine Beliebigkeit. Da hat die Kunst nicht mehr eine wirkliche Aufgabe. Wenn wir jetzt aber die Kunst uns frei denken, also jeder Künstler würde seine Versorgung haben und würde jetzt überlegen, was soll meine Kunst eigentlich beitragen? Und du wirst ja auch dann merken, ja, guck mal, wir sind hier ein Dorf von 200 Seelen und da will einer Seiltanz machen und wir sollen ihn bezahlen dafür. Und er will uns jeden Tag einen Seiltanz vormachen. Da würden wir sagen, nee, komm, das kannst du in der Großstadt machen oder so, wenn überhaupt oder dann musst du mal wechseln, musst du mal hier hin und mal da hin oder musst du im Zirkus auftreten oder irgend sowas. Also das wird nicht gehen. Man kann also jetzt nicht die Gemeinschaft zwingen, dass man da unterstützt wird, sondern man müsste seine Fähigkeiten schon irgendwie zeigen und sagen, ja, ich wollte jetzt nicht bloß mich verwirklichen, sondern ich wollte mit meiner Kunst die Gemeinschaft fördern. Okay, würde ich beim Seiltanz sofort sagen, Leute, mit meinem Seiltanz kann ich euch wieder erinnern, dass ihr einen Sinn für die Balance habt. Ja, gut. Den Gleichgewichtssinn, sich selbst in die Mitte zu bringen, ja, und ja, bei sich zu sein, Spaß. Ja, ja, ist ja auch interessant, das mal zu sehen und vielleicht selber zu versuchen und so. Genau. Das kann man ja alles machen. Nur, es darf nicht die Idee entstehen, jetzt im Sinne der Selbstverwirklichung, ich kann der Gemeinschaft alles aufzwingen, das geht nicht, sondern es muss dort das Interesse sein und dann würden die mich fördern und würden sagen, ja, das ist doch gut und mach weiter und ja. Und ich würde jetzt also durch die Kunst die Gemeinschaft fördern und das würde ja natürlich auch, sagen wir mal, all die Arbeitsprozesse, all die Fabrikgebäude und all das betreffen. es soll ja schon zu sehen sein, was da gemacht wird, wo gearbeitet wird. Aber es soll deswegen nicht hässlich sein, sondern es soll den Menschen ein Formgefühl vermitteln, was nicht groß pragmatisch ist. Man würde dann also als Künstler, als Designer und so weiter an all diesen Dingen arbeiten, sodass die Menschen gern da sind. und ich habe ein sehr schönes Beispiel kennengelernt von einem Lehrer, Wallhoff-Lehrer, mit dem ich mal gearbeitet habe und er hat gesagt, ja, weißt du, warum ich Lehrer geworden bin? Weil ich gern zur Schule gegangen bin. Das gibt's. Ja, und dann hat er gesagt, ja, und weißt du, warum ich gern zur Schule gegangen bin? Weil die Schule so schön gebaut war. Das war eine Wallhoff-Schule in Berlin, die ja so sehr schön gebaut war. Da war ich gern. Da war ich lieber als zu Hause. Also von der Baulichkeit her. Ja, ja, ja. Und ich habe mit dem so ein Architektur-Seminar gemacht und da haben wir zusammengearbeitet. Das fand ich wunderbar. Natürlich ist nicht jede Wallhoff-Schule schön, aber man gibt sich eine gewisse Mühe dort und es hat schon eine Bewandtnis, die Raumformen so zu machen, dass es den Menschen fördert. Ich habe das in Hamburg gewohnt eine Zeit lang und da habe ich das in der alten Villa, wo wir gewohnt haben, da habe ich das gemacht. Da habe ich die Räume verändert. Da habe ich so Hohlkehlen in die Decken eingeführt, so die Wand in die Decke übergegangen und so. Das hat eine kolossale Wirkung. Also das war ja das, was man mit der Architektur Steiners zusammen, dass es keine rechten Winkel mehr gibt. Ja, genau, solche Sachen. Und das kolossal, auch wenn du ein Fenster hast und das Fenster ist natürlich wie immer jetzt rechtwinklig, so jetzt klebst du dir einfach nur ein Stück Holz oder ein Stück Pappe in die Ecken und rundest die oben ab. Das hat eine kolossale Wirkung auf das Gefühl da drinnen. Ja. Und dabei ist das ja nur Pappe. Das ist ja nicht mal so ein Fenster, das so gebaut ist, wie in der Kirche jetzt oder so. Aber es geht um die Form. Also es gibt ja beim goldenen Schnitt oder der Zahl Phi, dass eigentlich über den ganzen Globus die Menschen intuitiv diese Proportionen bevorzugen. Ja, ja. Also beim Wegen von Teppichen oder eine Visitenkarte. Das heißt, dass die Kunst und auch Architektur dem Menschen dienlich ist, das abzubilden, was in ihm ist. Oder in Selbstresonanz oder in Resonanz zu bringen und zu erwecken. Schönheit, vor allen Dingen Schönheit. Wo ist heute noch Schönheit? Ja, ja. Wo ist heute noch Schönheit? Pragmatismus. Ja, ja. Es tun ja auch die alten Gebäude nicht wirklich mehr. So ein altes Gebäude, so eine Jugendstilvilla, die hat noch Seele, aber es ist eben alte Seele. Ja. Und es gibt aber Gebäude, die jetzt gebaut werden, die auch schön aussehen, aber seltener. Aber das ist es eben. Man würde eben jetzt nicht mehr pragmatisch bauen oder man würde nicht so bauen, wie jetzt gewisse Architekten, die dann sagen, ja, ich bin Star-Architekt und das muss jetzt so werden. Ich mache mir ein Denkmal. Im Prinzip geht es ja nur um solches. Ich setze mir als Architekt ein Denkmal. Ich möchte, dass die Menschen durch die Raumformen und durch die ganze Einrichtung, durch alles gefördert werden. Dass ihr Dortsein ihnen angenehm ist, dass sie Lust da haben hinzugehen. Also im Prinzip geht es doch dann um was alles, was unserem Menschsein oder der Entwicklung unseres in uns schlummernden Menschseins förderlich ist. Ja, und ich sagte doch, seit 1413 haben wir die Bewusstseinsseele, das wahre, schöne, Gute. Und das Schöne, das ist dieser Kunstbereich, das ist der Bereich der Ästhetik. Ästhetik heißt, wie geht eins ins andere über. Diese Übergänge, ob die harmonisch sind, darum geht es. Und das ist eine Fähigkeit, die unabhängig vom Geschmack ist. Das ist das Erstaunliche. Du kannst wissen, ob etwas ästhetisch ist, auch wenn du das gerade nicht magst. Aber es geht gut ineinander über. Ja, okay. Aber ich mag keine Reetdachhäuser oder irgend sowas. Weißt du? Aber wenn du das siehst, da in der norddeutschen Landschaft, so der Deich, die Weiden und dann steht da das Reetdachhaus hinterm Deich, das passt. Das ist ästhetisch. Aber ich mag vielleicht keine Reetdachhäuser. Viele mögen sie. Ja, gibt es noch einen wichtigen Punkt? Ja, es gibt natürlich unendlich viel über das Geistesleben zu sagen. Wir müssen natürlich auch darüber sprechen, dass zum Geistesleben auch das Kapital gehört. Ja, das würde man nicht denken, da würde man mal sagen, ja, das ist doch Wirtschaft. Ja, klar, es wird im Wirtschaftsleben gebraucht, aber das Kapital, was ja aus Finanzkapital und aus Produktionsmitteln bestehen kann, also aus Gebäuden oder Grundstücken und Maschinen und so weiter, das ist auch Geistesleben. Ja, und wenn man dann noch Human Capital, eigentlich Capital heißt das Haupt. Arbeit gehört zum Rechtsleben, der Mensch gehört zum Rechtsleben. Ja, ich sag mal, Kapital kommt ursprünglich, Kapitum das Haupt, also die Zahl der Rinder, so, das war das Kapital, Kapitum. Also das, was an Ressourcen da ist. Ja, und das muss man eben auch dazu rechnen, was würde jetzt Freiheit im Bereich des Kapitals bedeuten? Das ist interessant. Und zwar? Wenn du also jetzt eine Idee zum Wirtschaften hast oder du sagst doch einfach, ja, wir kriegen noch ein Kind und wir brauchen ein größeres Haus. Ja, wir haben jetzt kein freies, größeres Haus, ja, dann müssen wir eins bauen. Uh, wie machen wir das? Ja, dann kommt das Geld ins Spiel und so. Ja. Und da muss das Geistesleben den Weg finden, ob jetzt, sagen wir mal, der Wert des Organismus gesteigert wird, dann kann man mehr Geld drucken, dann würdest du aber das Geld einfach bekommen und nicht zurückzahlen. Stell dir das mal vor. Nicht? Das bedeutete aber auch, dass ich nicht jetzt noch ein Haus und noch ein Haus und noch ein Haus und dann die Miete, ne, also praktisch die ganze Immobilienwirtschaft wird ja auf den Kopf gestellt, oder? Absolut. Da bekommen aber ganz schön viele, auch unter den Zursachen, Angst. Das ist ja revolutionär, beziehungsweise, also, unser System zersprengend. Ja, das ist so. Wir verdienen unser Geld damit. Die Dreigliederung ist ja deshalb so unbekannt, weil sie so schrecklich ist für gewisse Leute. Das heißt, es würde das Geld fließen, ohne dass du dich verschuldest. Ja. Weil normalerweise ist Schuld, Geld, ja, auf Schuldgeld. Schuldgeld. Ja, ja. Nein, das würde man weitgehend umgehen können, also vielleicht nicht in jedem Fall, aber wenn also der Wert der Gemeinschaft steigt durch ein neues Haus, dann kann die Gemeinschaft mehr Geld drucken oder sie sammeln, sie gucken, wo ist irgendwo Profit angefallen, der nicht gebraucht wird zur Reproduktion der Leistung, also wenn du Überschuss hast und den könnte man dann benutzen, aber man würde im Prinzip nicht einen Kredit geben, der zurückgezahlt wird in dem Sinne, sondern sagen, gut, du kriegst ein Haus oder du kriegst ein Fabrikgebäude oder irgendwas, was da gebraucht wird und das kannst du, das besitzt du, du wirst wirklich Besitzer, aber du kannst das nicht privatisieren, nachher verkaufen. Genau, das ist eine Idee, die im Alten Testament oder was wir Altes Testament nennen, gab es den Begriff der Nachhala und zwar eigentlich der Almende im Prinzip. Also die Vorstellung, dass man sozusagen einen Teil der Erde verkaufen könnte, war da völlig absurd. Das ist auch klar. Und das wäre, ja, also das wäre ja in dem Sinne, dass wir nicht das Privateigentum in dem Sinne abschaffen, aber genau in dem Sinne von Besitzen, du kannst eben nur in einem Haus leben und wenn du stirbst und deine Kinder nicht da drin nehmen, dann gibst du es wieder ab, weil du kannst mitnehmen, kannst du das ja eh nicht. Aber nicht anhäufen. Es gibt auch kein Erben oder sowas, sondern es kriegt der, der das am meisten braucht. Huiuiuiui, da würde natürlich jetzt sofort gesagt, das ist ja Kommunismus pur. Das ist auch gut, dass du das Stichwort nochmal bringst. Es darf kein Sozialismus werden und kein Kommunismus. Also in dem Sinne, wie wir es kennen bisher. Ja, es darf nicht aus der Verwaltung heraus, aus der Politik heraus verwaltet werden. Es darf nicht die Macht bei der Partei liegen oder so. Gar nicht. Das ist entscheidend. Das war nochmal gut. Und das Geistesleben muss führend sein, denn die Ideen sind immer diejenigen, die die Dinge regeln müssen. Nicht das Wirtschaftsleben. Nicht die Bedürfnisse. Natürlich müssen wir die Bedürfnisse auch berücksichtigen, aber die Ideen müssen erst sein und dann haben wir dazwischen das Rechtsleben. Es muss vom Kopf durchs Herz gehen und dann in die Glieder und gearbeitet werden. Dann gehen wir mal gleich ins Herz beim nächsten Gespräch. Vielen, vielen Dank, Hans Bonwal und viele, viele Schüler in neuem Denken wünsche ich dir bei deiner Schule für neues Denken. herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, ich denke, dieses Gespräch können Sie ruhig nochmal zurückspulen. Da sind so viele Dinge drin, die dem heutigen das, wie wir miteinander leben oder was wir uns da geschaffen haben für einen Chaos so entgegenstehen, dass man das Einzelne nochmal nachdenken, nachfühlen sollte. Ich freue mich trotzdem, dass Sie dabei waren und auf weitere Male und auch das nächste Gespräch mit Hans über die Gleichheit im Rechtsleben. Herzlichen Dank und ich sage Tschüss.